Guten Morgen! Das ist ja kein scheiß Problem, warum hörst du das jetzt einfach so? Schau bitte aus, das nervt. Ist das wirklich schön? Ja, wirklich. Und so eine Scheiß will auch keiner mehr. Gude! Gude! Alter, der macht so eine gute Reise aus! Lars, ich habe so eine Frage. Sind sie behindert? Wo geht es dann hin? Wenn ich gleich hier rumzappel, dann musst du so ein bisschen schräg machen, ok? Ja, nicht so hart. Wo geht es hin? Ich brauche eine Antwort. Nein, wir fahren jetzt einmal um den Block und fahren dann wieder hin. So ist das geil. Philipp! Ja, fahren wir hin? Das weiß ich gar nicht. Ich folge einfach dem großen roten Auto. Bist du schon Bock? Ja! Bist du schon Bock? Ja! Und zum nächsten Mal wieder! Jonas! Bist du schon gehypt? Ja! Ist das jetzt im Ernst? Schön! Auf was freust du dich am meisten? Ja, aus Essen! Ja, meine Uli und der Philipp Korn, das ist ja... Hey! Was gibt es denn heute für eines? Fettkollern, glaube ich. Jawohl! Auf was freust du dich am meisten? Essen! Nein! Bist du bekloppt? Nee! Bist du dumm! Halt uns wieder davon, dass wir jetzt hier picknicken. Ja! Ja, komm! Ja! Servus! Hier gibt es eine Tube Cent für dich! Julian, schmeckt die Wurst? Geil! Wildschweinfragwurst! Ui! Da wohnt der Lars! Servus! Hinterm Gamba-Kreuz! Jonas, was haben wir denn hier? Ein Stau! Scheiße! Ein Stau! Ein Stau! Wirst du mit dem Fahren, oder? Sieg gerade an! Was ist denn wohl passiert? Max ist über den Spielzeppich gestolpert und hat sich den Kopf am Türrahmen gestoßen. Dann ist er umgefallen und hat sich die Hand umgeknickt. Max hat sich den Kopf gestoßen. Ich halte mal das Glück an! Keine Angst, Max! Ich fahre mit und bleibe bei dir, bis deine Mutter oder dein Vater da sind. Die Berge! Ehrlich? Ja, ehrlich! Alter! Ja, fast gestoßen! Alter! Nein! Wir sind dünn! Ja! Servus! Ja! Ja, motif! Engdienst! Mit honoringung! Ja, merk! Das brätsch! P Спarti? Ein Stau, ein Lerang ist. Ein Stau! Dulumgut von Ja, Dope ist super, weil warte kooper ich mich selbst. Aufstark! Kenosacht? Es tut dasmscheid! So ruling, die Abstinwatch war. Warum? Ich glaube, wenn wir dieses Jahr dahin langen müssen, dann wäre das nicht anstrengend. Ist das ja der Typ hier vom Haus? Ja, deswegen ja. Oh, da war ich. Wie finden Sie diese landwirtschaftliche Wiener? Ist ja alles klar? Nein. Ja. Moin. Ich sollte sie in den Müll rausbringen. Und dann bin ich hier vorbeigestottert. Wieso trinken die so viel Alkohol? Oh, Dennis. Was tun Sie gerade hier? Ich fertige Paradiescreme an. Einmal in der Geschmacksrichtung Vanille und einmal in der Geschmacksrichtung Schokolade. Ist das auch akkurat? Das ist sowas von akkurat. Weil hier sind 100 Milliliter drin. Hier ist ein Liter drin. Ich habe 100 Milliliter da reingestellt. Boah, das ist so genau. Das ist so geil. So. Hier muss ich das aber jetzt anders machen. Ich kippe jetzt erst die 100er rein und dann gucke ich mal, wie ich hier weitermache. Ich werde fast einen Abschluss nachholen. So, jetzt habe ich nämlich schon mal 100er drin. Das heißt, mir fehlen jetzt noch 800. Hier sind nur 700 drauf, das ist schon mal schlecht. Hallo. Kannst du mal aufhören, um die Anzug fassen? Oh. Es tröppelt. So, jetzt sind wir bei 800 Milliliter. Richtig? Tu rein, nimm Stoß. So, wenn jetzt hier noch 200 drin sind, habe ich alles richtig gemacht. Hallo, ich sehe doch nichts. Ja, egal. Ich sehe es. So, jetzt haben wir nämlich genug Milch angefertigt. Chris, trink mal den 100 Milliliter Milcherle. Okay. Okay. Mama. Das war eine interessante Sprache. Mama. Wie steht das da? Klopp alles drin. Kurz färbeln, nicht unterwählen. Okay. Schmeckt die Milch? Nee. Finden Sie die äußerliche Anschauung des Pullings? Sieht doch ungewöhnlich aus. Ja, oder? Ja. Warten. Das? Ja, das ist nicht. Ja, das ist nicht. Hier, du bist ein Schatz. Vielen Dank. Bitte heiratet irgendwann. Bitte nicht. Wer dabei? Ich nicht. Du bist kein Geschwulen Ehe? Nee, ich bin gegen Lars. Das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Ha 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 ha. Du bist doch mal der Sauer. Wo denn? Ach da. Nein. Ja, leider. Ja, leider. Wo ist die ähnliche Truppe? Da ist die ähnliche Truppe drauf. Mal Deckel drauf. Wir sehen. Ja. Ich weiß nicht, du guckst, wie das? Ja, hierди rein. Julian, kurzes Statement zu unseren äh, fleißigen Helfern. Wahnsinn. Die sind hier alle äh wie fleißigen Pimchen unterwegs oder wie so ein Ameisenhaufen. uçãofaugeln. Ich bin voll dran. Dankeschön. Huulie! Haus Wow! Nina? Gib mir mal ein Türklinken. Was hast du jetzt gerade gemacht? Türklinken. Was ist Ihre Aufgabe? Die Sachen, die wir des Öfteren anpacken, zu desinfizieren wegen der aktuellen Corona-Seläufe. Ich habe gerade eine Türklinken angepackt, die frisch desinfiziert ist. Ich glaube, meine Hände verätzen gleich. Ist das jetzt hier mal was oder was? Hör auf, auf mein Deck zu kurzen, Potze. Das ist ja mit Fußball-Lex. Soll ich das einmal wieder? 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 Soll ich das einmal wieder rein? Dann ziehst du es durch die Kloschule und dann darfst du es in den Schrank stellen. Das ist aber ein bisschen unhygienisch. Bist du da ganz sicher? Ziemlich. Ich fände halt eher Angst, dass du das Glas kaputt machst. Ja, das meine ich doch. Ja, das Glas ist egal. Du bist so schlecht, dass du das Glas kaputt machst. Du bist so schlecht, dass du das kaputt machst. Du bist so schlecht, dass du das kaputt machst. Meiner du Schmuck? Nein, 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 nein. Was? Was? Ich mach den jetzt auf dir. Ach du Scheiße. Komm, schmier es unter den Fußboden. Dreck reinig den Nagen. Spürste? Was ist denn für den Dreck? Hier hat der Uli gebutzt. Lass eine Kennreaktion bauen. Lass eine Kennreaktion bauen, ja? Lass ein Schien hier nach vorne ausrauben. Der ist gefahren. Also konnte ich nicht. Meine Presse. Inzwischen bei Lars. Wir sehen eine Fliege. Verscheuchst du nicht? Verscheuchst du nicht? Mach auf. Da. Man sieht diese Fliege. Sie reibt ihre Hände. Sehr interessant. Löffel klarer Gemüsebrühe essen. Ja. Toll. Dammer. Auf Spaß. Ich trau mich. Detektet. Detektet. Hi. Sie ist ja nichts Neues, oder?